Cusco ist die Hauptstadt der gleichnamigen Region und der Provinz Cusco im Zentrum des peruanischen Anden-Hochlandes. Sie liegt in 3416 Meter Höhe und hat 348.935 Einwohner. Sie ist Sitz des Erzbesturms Casco und einer Universität. Die wechselvolle Geschichte als Hauptstadt des Inka-Reiches. Die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung und die Landschaft inmitten der Anden machen sie zum Anziehungspunkt vieler Touristen. Als Ausgangspunkt zu der Inka-Stadt Machu Picchu ist sie weltbekannt geworden. 1983 wurde sie in die Liste der UNESCO-Weltherbestätten aufgenommen. Geschichte der Sage nach wurde die Gegend in grauer Vorzeit von den Tampus, einem Volk der Quechwa-Indianer, bewohnt. Sie sollen die ersten Menschen gewesen sein, älter sein nur die Götter. Um das Jahr 1200 herum gründete demnach der erste Inka-Manko-Gepäck der Sohn der Sonne mit seiner Schwester Mama Oklo die Stadt. Das Wort Cusco entstammt dem Quechwa und bedeutet Nabel der Welt. Genauere Überlieferungen gibt es erst vom neuen Inka-Pach-Ecu-Tecupan-Qui. Während seiner Regierungszeit von 1438 bis 1471 erweiterte er das Inka-Gebiet in den Zentralanden vom Titicacasee bis nach Junin. Das Reich wurde nach den vier Himmelsrichtungen aufgeteilt. Seine Flagge war die Regenbogenfahne und Cusco entwickelte sich zum wirtschaftlichen und kulturellem Zentrum. Diese vier Himmelsrichtungen sind im Andenkreuz als Balken repräsentiert, das Loch in der Mitte repräsentiert Kasko. Die Stadt war zudem in zwei Stadthälften gegliedert, Ober-Cusco und Unter-Cusco. Die ersten fünf Inka-Herrscher, die den Titel Sienchi trugen, herrschten von Unter-Cusco aus. Die nachfolgenden Herrscher mit dem Titel Sapa-Inka residierten in Ober-Cusco. Pachecu-Tecupanqui ließ in der Umgebung landwirtschaftliche Terrassen zum Anbau von Mais errichten, um damit die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Kanäle zu den Flüssen Safi und Talemayu, die durch die gesamte Stadt führten, versorgten die Einwohner mit frischem Wasser und hielten die Stadt sauber. Topecu-Panqui übernahm 1471 als 10. Inka die Herrschaft des Reiches von seinem Vater. Unter seiner Führung errang das Inka-Reich die größte Ausdehnung. Durch Eroberungszüge konnte er das Gebiet zwischen Quito im heutigen Ecuador und Santiago in Chile dem Reich einverleiben. Hohe Würdenträger der unterlegenen Stämme wurden nach Kasko berufen und mit wichtigen Verwaltungsfunktionen betraut. Dieser geschickte Schachzug sorgte nicht nur für innere Ruhe, sondern ließ Künstler, Denker und Wissenschaftler ansiedeln. Huayneke Peck, der Elfte Inka, übernahm 1493 Dekasekundenreich. Er verlegte seinen Hauptsitz nach Quito und bemühte sich um eine weitere Expansion. Kurz vor seinem Tod teilte er das Reich zwischen seinen Söhnen Atahualpa und Huaskar auf. Atahualpa erhielt die nördliche Region und residierte in Kai-Shamaka, während Huaskar den südlichen Teil mit Kasko als Regierungssitz erhielt. Die folgenden Jahre waren geprägt vom ständigen Konflikt zwischen den beiden Brüdern. Obwohl Huaskar von den Inkas geschätzt wurde, unterlagen seine Leute den Kampf erprobten Truppen aus dem nördlichen Territorium. Im Jahr 1532 Huaskar wurde dabei gefangen genommen und hingerichtet. Atahualpa, nun der uneingeschränkte Herrscher über das gesamte Inka-Reich, blieb der Stadt fern, ließ aber blutige Rache an der Familie und den Anhängern seines Bruders nehmen. Am 16. November 1532 nahm Pesaro Atahualpa gefangen und marschierte gegen Kasko. Er erreichte die Stadt am 15. November 1533, plünderte und brandschatzte die Stadt. Er ließ fast alles Gold und Silber einschmelzen und Tempel und Paläste abreißen. Nur wenige Mauern widerstanden den Verwüstungen. Die Steine wurden dann zum Bau der kolonialen Kirchen benutzt. P. I. T. Sauru setzte Manco Kepäck II, den Halbbruder Huaskars, als Marionettenherrscher auf den Thron. 1535 floh Manco Kepäck II aus seiner Gefangenschaft und organisierte einen groß angelegten Aufstand. Mit über 100.000 Mann marschierte er gegen Kasko und belagerte die Stadt. Die Spanier wurden fast niedergerungen. Nur durch einen gewagten Ausfall und die Einnahme der Festung Sechsayhuemen konnten sie eine Wende herbeiführen. Kasko wurde bei der Belagerung völlig zerstört. Pesaro hatte im selben Jahr an der Pazifikküste die Stadt Lima gegründet. Damit verlor Kasko seine einzige Bedeutung und verkam zu einer unwichtigen Kolonialstadt. 1650 wurde Kasko durch ein Erdbeben zerstört, doch die von den Inkas errichteten Grundmauern der Paläste und Tempel, die schon die Zerstörung durch die Spanier überstanden hatten, widerstanden dem Erdbeben. 1692 wurde die Universität von Cusco gegründet. Sie ist damit eine der ältesten Universitäten Perus. Als 1911 die auf einem Berg verborgene Stadt Machupecu entdeckt wurde, änderte sich die Bedeutung der Stadt. Cusco wurde zu einem Zentrum des wieder entstandenen Interesses an der indianischen Vergangenheit. Gleichzeitig entwickelte sich Cusco zum größten Touristenzentrum in Peru. Ein neuerliches Erdbeben im Jahr 1950 zerstörte die wieder aufgebauten Kirchen und Häuser. Kasko wurde zu 90 Prozent zerstört. Die erhalten gebliebenen Inka-Ruinen und die Innenstadt mit ihren Kolonialbauten wurden 1983 durch die UNESCO zum Welterbe erklärt. Sehenswürdigkeiten Kirchen die Kathedrale Sie wurde von 1560 bis 1654 auf den Grundmauern des Palastes des 8. Inka-Vira-Kocha erbaut. La Compagnie de Jesus Die Kirche der Jesuiten wurde von 1552 bis 1668 auf den Grundmauern des Palastes von Hueinekepec erbaut. Sie übertrifft die Kathedrale in Prunk und Schönheit, was damals zu einem Kirchenstreit führte. La Moers, die Klosterkirche, wurde zwischen 1540 und 1600 errichtet. Hier befindet sich die 22 Kilogramm schwere, goldene Monstranz, die mit 1518 Diamanten, über 600 Perlen und unzähligen Rubinen, Smaragden und anderen Edelsteinen verziert ist. San Francisco Eine Kirche mit geschnitztem Chor und Gemälden San Blast Eine Kirche mit geschnitzter Kanzel Die schönste Holzschnitzarbeit in Cusco Santo Domingo In ihrem Inneren wurde durch das Erdbeben 1950 dk-Sekunden Sonnenheiligtum-Kurikanzer freigelegt. Punkt Inka-Ruinen Kalechondisite Kulebrosch Die Gasse der sieben Schlangen Einige Steine sind mit Schlangen verziert, die für die Inkas ein Symbol der Weisheit darstellten. Kale-Hatun-Rumiuk Die Mauer des ehemaligen Palastes des Herrschers Inka-Rocke Sie ist ein Beispiel für die Technik der fugenlosen Werblockung riesiger Steine. Der berühmteste Stein hat zwölf Wecken. Sonnenheiligtum-Kurikanchi Im Sonnentempel der Inka befinden sich schräge Mauern mit trapezförmigen Nischen und ein zwanzig-eckiger Stein. Punkt Museen Museo Inka Stoffe, Keramik, Schmuck und Gebrauchsgegenstände, sowie Mumien und trepanierte Schädel aus der Inka-Zeit werden hier ausgestellt. Museo Regional Das Museum befindet sich im Inneren eines Palastes aus dem 17. Jahrhundert. Museo De Historia Regional Präkolumbische Gegenstände und Keramik der Kulturen Chavin, Mojica, Chimu und Nazca werden hier gezeigt. Museo De Historia Natural Eine Sammlung von Objekten aus dem regionalen Tier- und Vogelreich sind hier zu sehen. Museo Machu Peku Casa Conche Eine Sammlung von Objekten aus Machu Peku Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung Sechse Huemen Eine Ruinenstätte Auch als Festung bezeichnet, die drei Kilometer oberhalb von Casco liegt. Tambu Machai Bad der Inka Ein Wasserheiligtum, in dem sich das Wasser in Kanälen über vier terrassenförmige Ebenen ergießt. Huca Pekere Eine kleine Bergfestung mit Türmen, Behausungen und Treppen Uar Stützpunkt der Staffettenläufer der Inka Kenko Ein Festplatz mit einem riesigen, zerklüfteten Kalkstein Eine glatte Spalte führt ins Innere des Felsens, wo vermutlich Tote für einen Mumienkult aufbereitet wurden. Auf dem Gipfel ein Stein zur Beobachtung der Sonnenwende Eine schlangenförmige Rinne soll bei religiösen Ritualen für Trank- und Blutopfer verwendet worden sein. Christo Blanco Weiße Christos Statue über der Stadt auf dem Hügel neben Sechse Huemen Punkt Sehenswürdigkeiten in weiterer Umgebung Chinchero Kleine Ortschaft im Hochplateau NW von Cusco Kirche aus kolonialer Zeit gebaut auf Inka-Ruinen Sonntags findet in Chinchero ein Indiomarkt statt Tipon Inka-Ruinen mit breiten Terrassen und funktionierenden Wasserkanälen im Osten der Stadt Nahe der Ortschaft Oropesa Pekilekta Ruinen aus der Varikultur im Osten der Stadt Cusco Auf einem vorgezogenen Hügelzug an enger Stelle des Urubamba-Flusses gelegen Welches als natürlicher Pass ein strategisch wichtiger Ort war Valle Sacrado de los Incas Fruchtbares Tal im Norden Cusco Eine Gegend geprägt durch flache wenige Kilometer breite Schwemmgebiete Zwischen steilen Felswänden, kleinere Ortschaften, Inka-Ruinen und umgeben von hohen Schneebergen Besondere Sehenswürdigkeiten sind Urubamba, Hauptort der gleichnamigen Provinz Der Fluss Urubamba bildet in diesem Teilbereich das sogenannte Valle Sacrado Pisac, eine ehemalige Inka-Stadt etwa 30 Kilometer von Cusco entfernt Mit Befestigungsmauer, Toren und Bastionen, einem riesigen Friedhof, unzähligen Terrassen und einem 16 Meter langen unterirdischen Gang Ollantay Temp, eine Festung mit großer religiöser Bedeutung etwa 70 Kilometer von Cusco entfernt Die Festung wurde bis zum Eintreffen der Spanier nicht fertiggestellt Davon zeugen sechs riesige Monolithen aus rotem Granit die bis zu 50 Tonnen wiegen Machu Picu, die verborgene Stadt die am meisten besuchte Sehenswürdigkeit Perus, Kreise von Moray, großer kreisförmiger Agrarexperimentkomplex der Inkas, wo unter anderem Samen aus dem Amazonasgebiet gefunden wurden Punkt Modernes Cusco Touristen erreichen Cusco über den Flughafen oder mittels der zahlreichen Überlandbusse am Terminal Terrestre Peru Rail verbindet Cusco mit Puno und Machu Picu Das moderne Cusco präsentiert sich gerne als eine Tourismusmetropole Tatsächlich ist der Tourismus die größte Einnahmequelle Die Stadtverwaltung unternimmt gewaltige Anstrengungen, um dafür die notwendige Infrastruktur zu schaffen und die negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten So hat sich das architektonische Stadtzentrum in den letzten Jahrzehnten kaum verändert Folkloristische Aufführungen und ursprüngliche Lebensart sind in vielen Veranstaltungen und Lokalen zu erleben Zur Sicherheit der Besucher wurde eine eigene Touristenpolizei eingeführt, die auch nachts patrouilliert Sport und Kultur Neben verschiedenen speziell tourismusbezogenen Kulturanlässen finden verschiedene Anlässe für die Bevölkerung statt Nebst kirchlichen Feiertagen auch musikalische und sportliche Anlässe Wobei der bekannteste lokale Fußballklub Cienciano del Cusco sich in den letzten Jahren zu einem international renommierten Verein gesteigert Hat Cusco besitzt Fußballstadien und ein geschlossenes Kolosseum für sportliche und kulturelle Anlässe Söhne und Töchter der Stadt Manko Kepäck Zwei Inka-Herrscher nach der Eroberung des Inka-Reichs und der Ermordung Atahualpas durch die spanischen Konquistadores Valentin Panyagua-Corazau Peruanischer Übergangspräsident von 2000 bis 2001 Städte-Partnerschaften Cusco listet folgende 20 Partnerstädte auf Klimatabelle 2 House 3 1 3 1 2 4 1 2 2